Politischer Populismus ist eine Ausstellung der Kunsthalle Wien. Politischer Populismus hinterfragt politische Phänomene kritisch und mit künstlerischen Mitteln. Politischer Populismus veranschaulicht das Verhältnis zwischen Kunst und Politik, ohne Kunst politisch zu vereinnahmen. Politischer Populismus präsentiert Künstlerinnen und Künstler, die sich kreativ mit brennenden Themen unserer Gegenwart auseinandersetzen. Politischer Populismus zeigt Kunst, die als Seismograph gesellschaftliche Umbrüche, thematisiert und alternative Handlungsstrategien entwickelt. Politischer Populismus legt popkulturelle, mediale Inszenierung von politischen Inhalten offen. Politischer Populismus zeigt Gegenargumentationen zu populistischer Instrumentalisierung von gesellschaftlich wichtigen Themen auf. Politischer Populismus entwirft alternative Systeme und Strategien, die die politische und gesellschaftliche Realität hinterfragen. Politischer Populismus setzt ein politisches Statement. Politischer Populismus stellt Fragen. Politischer Populismus fordert Partizipation. Politischer Populismus reflektiert unsere Gegenwart. Politischer Populismus betrifft uns alle. 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 Politischer Populismus betrifft uns alle.